Ich soll einen Kühlschrank bauen, um Eis für den Sommer einzulagern. Das Problem ist, ich sollte erst mal mich um Essen kümmern, bevor ich sterbe. Und um Heilung, mit 36 Leben, wenn die Hunde gleich wieder kommen, ey, dann geht das Game hier vor die Hunde, das kann ich auch jetzt schon sagen. Also mein Stone ist schon wieder ein bisschen warm. Charcoal, stimmt, Charcoal könnte ich auch benutzen. Da müsste ich dann aber mal einen Wald abfackeln. Ich könnte ja theoretisch den Wald bei uns abfackeln, Leute, weil der Trigger hat mich eh daran hindert, momentan den Wald abzubauen. Ich muss nur aufpassen, muss nur aufpassen, dass ich dann nicht gekillt werde. So, mein Geisteszustand geht immer weiter runter, muss ich mal irgendwie wieder was bauen. Und mein Stone hier wird gleich schon wieder ein bisschen zu kühl. Deine Wortwitze erreichen schon Sarraza-Niveau. Jetzt weiß ich nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ich habe da aber schon leider eine Befürchtung. Also wir müssen aufpassen hier, das Feuer. Achso, es wird gerade auch Nacht. Zack, zack. So, sehr schön. Dann trinke ich erstmal ein Schlückchen, jetzt kann ich eh nichts machen hier. Wenn das Hirn auf Null sinkt, weiß ich auch nicht genau, was dann passiert. Ah, doch, irgendwann greifen einen diese Geistes... Also man bekommt ja so Illusionen langsam. Oder Halluzinationen, eher gesagt. Diese komischen Geschöpfe, die dann da rumrennen. Und irgendwann werden die dann sogar aggro mit der Zeit. Und wenn das der Fall ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass dein Charakter bald verrückt wird. Ich brauche eine neue Schaufel, aber dafür braucht man Steine. Das heißt, ich muss eigentlich mal hier oben ein paar Steine mehr holen. Und dann könnte ich da auch ein bisschen Eis mir schnappen. Ich schaue mal gleich, wie teuer ein Kühlschrank ist, was ich dafür brauche. Wollen wir mal schauen. Ah, jetzt weiß ich ja, warum mein Geisteszustand runtergeht, weil ich keine Dingens mehr habe. Keine Blümchenkette mehr um den Hals. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wo die ist, wahrscheinlich hier bei Hüten. Kann ich mir die herstellen? Nein, mir fehlt eine verdammte Blume. Naja, Pech gehabt. Dann muss ich wohl nachher gucken, dass es gammelt. Ich sterbe gerade an M&Ms. Ah, ich brauche Gears. Äh, hier war doch irgendwo... Okay, warte. Erstmal Steine. Hier oben war ein Friedhof. Oh, da geht mein Geisteszustand dann runter. Wenn ich die Gräber ausbuddel, dann geht der Geisteszustand ja runter. Das ist natürlich scheiße. Heute gibt es wieder Let's Play Poker. Das gucke ich mir nicht an. Wie lautet dein Steam-Name, Grants? Grants. Ey, hier kommen wieder die Hände. Verzieht euch! Die klauen meine Jobs. Ich bin jetzt mit meinem Geisteszustand 57. Mein Hunger ist auch mal wieder mein Bauch, ey. Oh, Mann. Schlimmer kann es mit meinem Geisteszustand eh nicht werden. Sag das nicht. Sag das nicht. Ich muss irgendwas bauen. Ja, ja, ich weiß, dass du Essen brauchst. Ich muss irgendwas bauen, was ich noch nie gebaut habe. Das würde mir nämlich helfen, meinen Geisteszustand wieder zu verbessern. Papyrus brauche ich nicht. So, kann es jetzt mal wieder Tag werden? Ich will weitergehen. Katatoui heilt mehr Leben als Hunger. Okay. Ah, es wird gleich Tag. No risk, no fun, Leute. So. Mal gucken. Ich weiß aber nicht, ob ich vier Pilze da reintun sollte. Wenn ich jetzt vier Pilze reintue, kann ich mir nur noch zweimal Meatballs herstellen. Ah, nee, 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 nee. Ich werde hier mir weiterhin Meatballs herstellen. Weil zum einen, warum zum Teufel erfriere ich jetzt schon wieder gleich? Oh, Mann, 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 ey. Da oben ist ein Hase drin. Den könnten wir mal eben schnell killen. Obwohl wir jetzt schon wieder diese Hasen haben. Das ist scheiße eigentlich. Genau, jetzt kriege ich nur dieses Nightmare Fuel. Ich meine, hey, Nightmare Fuel kann ich bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Aber momentan eigentlich eher nicht. So. Zack, das kommt da rein. Spitzhacke habe ich. Der Stein ist schon schön warm hier da. Den nehmen wir gleich. Wenn wir auf Reisen gehen. Und ich höre immer noch, wo ist denn diese... Leute, kann der Tree Guard auch verschwinden? Weil ich habe keine Ahnung mehr, wo der ist, ehrlich gesagt. Müsst ihr mir mal sagen, ob der auch weggehen kann? Habe ich so ein bisschen gerade das Gefühl. Ah, nee, da oben gammelt der rum. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich kann kein Handelsangebot machen. Okay, frag mich nicht, woran das liegt. Eigentlich sollte es gehen. So, jetzt haben uns die Pilze erstmal so ein bisschen zumindest über die nächsten Tage gerettet. schon wieder nur Nightmare Fuel. Das ist doch scheiße. Ich brauche Fleisch. Mann, Mann, Mann. So, der kommt da hin. Den nehmen wir mit. Und die können wir auch noch mitnehmen, schnell. Bevor die da wieder rumgammeln. Und dann gönnen wir uns hier die Dinger. Ja, ja. Ich habe doch gesehen, der da oben geht. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute, Leute. Wie lange dauert der Winter? Ich habe keine Ahnung. Definitiv zu lange, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Georg, Ameise kennst du wahrscheinlich halt von von Steamrop, würde ich mal sagen. Der spielt auch immer Team Fortress mit uns. So, jetzt muss ich erstmal was essen. Zack. Und dann brauche ich eine Spitzhacke. Und dann brauche ich schon wieder mal ein Lagerfeuer. Ey, das ist doch nicht normal, was ich hier an Dingens verheize, ey, an Holz. Und ich höre diese dreckigen Köter. Wenn die kommen, ist wahrscheinlich eh Game Over, wa? Geisteszustand geht immer weiter runter. Ich brauche noch eine Blume. Aber im Winter eine Blume zu finden, kannst du vergessen. Da oben ist ein Pilz. 20 Tage geht dieser Scheißwinter. Das ist doch assi. So, ich wärme mich jetzt mal hier schnell mit meinem Heatstone auf. Wenn dir das Fleisch fehlt, werd doch zum Vegetarier. Ja. Das Problem ist ja nur, wenn ich keine Dingens finde. Kein Gemüse. Kann ich auch kein Vegetarier werden. Ach, unser Steinvorrat hier ist voll. Alles ist voll. Alles ist voll. So, muss ich aufpassen. Ich könnte noch ein Feuer machen, so wie es aussieht. Wenn dann gleich wirklich die richtige Nacht über uns da reinbricht, dann werden wir mal eben Feuerchen machen. Ach, Maulwürfel können meinen Heatstone klauen. Hab mich schon mal gefragt, was die Maulwürfe eigentlich machen. Aber bin da noch zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. Da oben ist ein Maschroon. Sollten wir uns mal mitnehmen. Ah, kann ich nicht mehr tragen. Hier, nimm du das mal. So, Moment, Moment, jetzt muss ich mal schauen. Ist hier irgendwo ein Wald in der Nähe? Nein. Ah, ich hatte gehofft, dass ich jetzt zumindest ein bisschen was abholzen kann, damit ich hier ein bisschen über die Runden komme. Kann mir mal einer Bescheid sagen, wenn Patrick Team Fortress spielt. Ja, gestern haben wir Team Fortress gespielt, war aber sehr spontan. Ich hatte mit Tobi erst Diablo gespielt, aber der Noob ist ja gestorben, der Tobi. Und dann haben wir Team Fortress gespielt. Jetzt muss ich immer mich alleine durch Diablo schlagen. Grants, hol dir mal Heilsalbe. Ja, ihr seid auch lustig. Grants, hol dir mal dies, hol dir mal das. Guck mal auf mein Leben, Junge. Mann, Mann, Mann. Pilze bessern dein Geisteszustand? Ja, aber warte mal. Ein grüner ist das. 45 Geisteszustand. Wollen wir mal, den kochen wir jetzt mal. 45. Oh ja, der hat den gebessert. Geiles Ding. Danke für den Tipp. Wer hat das gesagt? Ähm, Oxino. Danke. So. Ah, nur der grüne. Ja, das hat dann ja gepasst. Dann habe ich ja genau den richtigen gefunden. Ähm, hier oben ist ein schöner Wald. Da könnte man hingehen und mal schauen, ob man da, jawohl, mal gucken. Kevin will mal mit Diablo zocken. Ja, ich weiß aber nicht, ich spiele ja nur Hardcore Kevin. Wenn du Pussy Mode spielst zum Beispiel, dann können wir nicht zusammenspielen. Äh, ja, genau das. Mehr nicht, Robin. Du kannst halt, musst halt mega aufpassen, dass du nicht stirbst. Das ist eigentlich alles. Das ist der ganze Zauber an Hardcore. Georg, die Dame kann nicht schlafen. So. Jetzt erst mal ordentlich frühstücken. Hey, warte mal, du sagst zu mir noch, drei Uhr ist doch nicht mittags und du frühstückst jetzt. Das kann ich ja jetzt auch nicht gut heißen. Ey, hallo, was wollen sie hier? Hallo. Oh nein, ich höre die Hunde, ich höre die Hunde aber schon den ganzen Winter fast. Jetzt kommen die blöden Hände wieder. Verzieh dich. Nein. So. Hey, hab ich die nicht. Natürlich ist der nicht Hardcore-Mode, der Pussy-Mode. Was denkst du denn? So, jetzt ist ja auch erst mal Ruhe im Puff. Sack, noch ein bisschen mehr Feuer. Ich sehe es schon kommen und die Hunde greifen uns jetzt an. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Heatstone zumindest hier oben hin zu kommen. Da fackele ich vielleicht auch noch ein bisschen was ab. Die Dame sagt auch was, wenn die Hunde kommen. Okay. Diese Hand hier, ey, die geht mir aber auf den Sack. So, dann wollen wir mal laufen. Also, hier sind die ganzen Talbirds. Ist natürlich die Frage, schaffe ich das wohl ein Ei zu klauen? Ah! Nein, schaffe ich nicht. Scheiß die Wand an. Macht's gut, Leute. Ich hab noch einen Termin. Oh, wieso sind die so schnell? Wo ist die Straße? Da. Ei, ei, ei. Ach, PPCH ist auch da. Ach, dann hatte ich PPCH, glaube ich. Was ist das denn hier? Maxwell's Datue. Dann hatte ich, äh, PPCH zum Moderator gemacht und Combat Toast noch nicht. Dann war das so rum. So, damit sind alle Mods hier. Ähm, das stimmt, dass der Schlafsack Sanity bringt. Das Problem ist, nur diese Frau kann nicht schlafen. Das war, das, was, äh, gesagt wurde. Also, was Lisa vorhin auch zu Georg gesagt hatte. Der, auch meinte, geh doch schlafen. So, nach dem Motto. Das geht leider nicht. Ja, natürlich. Natürlich ist der Heatstone jetzt schon wieder kalt. Warum sollte, ja, geil. Und vor allem mein Gras ist bald leer. Was soll ich denn dann jetzt rauchen? Oh, Mann. Scheiß die Wand an. Dann muss ich ja doch gleich wieder nach Hause. Wie nervig ist das denn jetzt, bitteschön? Ach, der hat, der hat ja schon den Magen voll. Hier ist noch so ein Rotten Shit. Ihr müsst gleich nach Hause, Leute. Ich muss nach Hause. Äh, ja, dann bleiben die 13 halt erstmal hier drin. Dann würde ich sagen, was ist das denn hier? Was bedeutet das? This fire is from opposite day. Ist es dann quasi ein Feuer, was es dunkler macht? Keine Ahnung. Wo ist meine scheiß Fackel? Da. Weg hier. So, don't do drugs. So, man hieß, oh ja, doch, der ist aber diesmal schön. Hast du ein Postfach für Fanpost? Nein, ich habe noch kein Postfach. Aber bisher hat mir auch noch nie jemand, doch, oder hat mir schon mal jemand, doch, ich glaube, einmal hat mir jemand was gemalt und PPCH hat halt dieses dieses Bild auch in Steam gemacht, aber das muss er mir ja nicht per Post schicken. Das ist ja Quatsch. Deswegen, nö, ich habe kein Postfach. Ich weiß auch nicht, ob mir irgendjemand was schicken würde, außer Cupcake. Der Livestream hat sich aufgehängt. Das ist jetzt natürlich schlecht. War aber nicht, nicht bei allen, ne? Ne. Hatten nur einige das Problem. dann ist es nicht mein Fehler. Äh, ja, jetzt habe ich hier wieder so viel Scheiße und Chester, warte mal, wollen wir mal eben tauschen, Chester? Hier, apropos Scheiße, die Scheiße brauche ich momentan nicht. Ach, okay, scheinbar würden mir doch ein paar Leute gerne was schicken. Äh, nur die Mädels. Ja, aber keine Unterwäsche, bitte. Kriege ich Ärger mit meiner Freundin. So, das hier nochmal anzünden. Alles muss brennen. Asche, hast du nicht Asche auch gehabt, Chester? Ja, sehr schön da. Sehr schön. Ein Bier zum Livestream. Ja, jetzt noch nicht. Viel zu früh, ey. Kein Bier vor vier. Aber wenn mir irgendjemand mal einen Gefallen tun möchte, das ist das hier. Oh nein, mein Brain. Nein, Leute, diese Viecher werden jetzt aggro. Ich muss irgendwie... Nein, jetzt kommen die da auch noch. Leute, was soll ich tun? Ich esse das hier schnell. Heilt das ein bisschen Sanity? Nein, scheinbar nicht. Schnell, Leute, guckt im Wiki nach. Guckt bitte im Wiki nach, was ich machen muss. Chester, opfer dich. Ich renne erst mal... Wie weit ist es denn? Ich habe ja noch eine Fackel. Kann ich mir noch eine zweite Fackel notfalls herstellen? Ja. Ist ja eh noch nicht Nacht. Erst mal schnell wegrennen.